Hey! Ja komm schon! Ja komm, 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 wir sind in der Sendung. Bisschen schneller vielleicht. Das ist nicht so einfach. Aber hier hast du dein Wasser. Hä? Ist nichts mehr drin. Kannst du die Gäste nicht nass machen? Ist ja nichts drin. Hier. Ist doch was drin. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch. So ein Loch. Ganz normales Loch. Verstopf es, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Verstopf es, oh Henry. Mach's dicht! Womit denn Karl, 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 Otto. Das weiß doch jetzt jeder. Womit denn Karl, 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 wo mit? Mit Stroh, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Mit Stroh, oh Henry. Weißt du was das ist hier? Ne. Wissen Sie das? Ne. Ich weiß es auch nicht, aber es kommt schon wieder. Sehen Sie. Du, aber der Stroh ist zu lang, Karl Otto, Karl Otto. Der Stroh ist zu lang, Karl Otto ist zu lang. Entschuldigung. Ist auch trotzdem zu lang. Was soll das denn schon wieder? Ist zu lang. Wir spielen Polizei jetzt. Polizei. Hier ist gar kein Verkehr heute. Aber es ist nicht so einfach zur gleichen Zeit einen anhalten und einen fahren lassen. Muss man aufpassen. Aber der Stroh ist immer noch zu lang. Da kürze so, Henry. Da kürze so, Henry. Mensch, Axt ab! Yes, Sir. Womit denn Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Womit denn Karl Otto, Karl Otto? Womit? Mit da! Bitte? Entschuldigung. Mit da! Gestern ging's noch. Mit dem Beil. Aber die Axt hat einen längeren Stiel. Das geht auch nicht. Denn die Axt ist zu stumpf, Karl Otto, Karl Otto. Die Axt ist zu stumpf, Karl Otto. Die ist zu stumpf. Entschuldigung. Er kommt immer so dicht ran. Bitte, was ist die Axt? Die ist zu... Zweimal nicht. Die ist nicht scharf genug. Haha, zu stumpf. So. Jetzt weiß ich, warum die nette Dame da draußen in der Pförtner Loge bei der Bavaria hinter so einer dicken Glasscheibe sitzen muss. Dann schärf sie, Henry. Dann schärf sie, Henry. Mach sie scharf. Gern. Wie in die Dame in der Pförtner Loge. Nein! Die Axt natürlich. Aha. Ja, womit denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Womit denn, Karl Otto, Karl Otto? Womit? Mit dem Stein, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Mit dem Stein, oh Henry. Mit dem Stein. Das Spiel gefällt ihm, ne? Du, aber der Stein ist zu trocken, Karl Otto, Karl Otto. Der Stein ist zu trocken, Karl Otto. Der ist zu trocken, der ist nicht das genug, der Stein. Der Stein ist zu trocken. Ist zu trocken, der Stein. Zu trocken. Ist zu trocken. Hol Wasser, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Hol Wasser, oh Henry. Hol Wasser. Ja, aber worin denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Worin denn, Karl Otto, Karl Otto? Worin denn, Karl Otto, Karl Otto? Im Eimer, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Im Eimer, oh Henry, im Eimer. Im Eimer. Hat jemand einen Eimer? Eimer. Oder einen Eimer. Bitte? Einen Kiebel. Moment, komm. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch.